Hey Leute, willkommen zurück zu Yakuza 5. Wir sollen jetzt hier nach Hause gehen. Äh, warte mal. You can upgrade abilities, genau. Und hier kann man auch wieder seine Health Gorge increaseen, ne? Hm. Aber das increase doch auch, wenn wir aufleveln, nicht wahr? Also, für was sollen wir das dann hier auf? Da würde ich eigentlich eher sagen, machen wir sowas wie das hier. Boost the Hate Gorge, merkst du, weil das steigt ja, glaube ich, nicht. Hier, genau. Sowas zum Beispiel bringt halt viel mehr. Das kostet einfach nur eins bisher. Okay. An enemy is grabbing you. Ja gut, aber das wird bestimmt noch kommen, dass es irgendwann mehr kostet. Kann ich mir jetzt zumindest ganz gut vorstellen. Habe ich überhaupt eine Nachricht bekommen? Nee, äh. Hamster Online opening. Ich denke, wie ist das in Hamster? Wie heißt das? Sorry, nochmal. So, das ist jetzt hier heute von Yakuza 5. Ja, da kann ich mich auf der Yakuza 5 oder da kann ich mich auf der Yakuza 5 oder da kann ich mich auf der Yakuza 5. Auf, ernsthaft? Tatsächlich. Interessant. Interessant, dass das geht. Oh. Oh, da will jemand gegen mich kämpfen. Nee, doch nicht. Doch, hier ist irgendwo jemand. Oder? Oh, boah. Alter, woher kam der denn jetzt? Nee, 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 nee. Okay. Jetzt. Oh mein Gott, sind das viele. Hey. Hey, steh auf. Hallo. 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 Was? Das ist eine Waffe. Ah. Alter. Oh mein Gott. Was ist das denn? Hä? Was war das für ein Angriff? Das war ja übelst OP. Okay, jetzt hat er aber auch meinen ganzen Heat-Gosh aufgebracht. Junge. Sowas konnte er halt ehrlich noch nie. Also bist du endlich aufgetaucht. Ich habe gesehen, wie du die Typen vorher verprügelt hast. Wie du getan hast wie ein Held. Wie du das Mädchen gerettet hast. Ziemlich geschmeidig, muss ich zugeben. Äh, danke. Ey, jetzt sei nicht so. Ich mein's. Ja, wie macht's sei. Ich habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Oder... Gerade mal vor... Weiß ich nicht. Sechs Monaten? Und du verhältst dich nicht wie jemand, der von hier kommt. Also bist du von außerhalb. Vielleicht. Du musst es mir nicht sagen, wenn du es nicht willst. Jemand, der so lange gelebt hat wie du, muss sicher Geheimnisse haben. Oh, stimmt. Da. Ich habe mich noch nicht mehr vorgestellt. Ich heiße Sosuke Komaki. Sosuke der Exterminator. Ich... Ich rette die Straßen vor was auch immer. Was für... Vor was auch immer, wie zum Beispiel Punks. Oder einfach... Arschlöchern. Maki. Ja. Bitter, du kannst mir einfach so ausgehen dann. Ich hätte dich schon... Ich hätte dich beobachtet wie du dein Ding durchgezogen hast. Ich muss schon sagen. Für einen alten Mann bewegst du dich echt schnell. Ich schätze, wo du noch jünger warst, musstest du echt viel Scheiße einstecken. Die... Was? Du bist ein ganz anderes Level als die anderen... Als die anderen Arschlöcher hier, die man in der anderen Stadt, in der Stadt hier sieht. Aber an mich kommst du immer noch nicht ran. Brauchst du mich für etwas? Oder kann ich jetzt gehen? Ach komm schon, jetzt chill mal. Du... Du bist ein Outsider, ich bin ein Outsider. Wir müssen zusammenhalten, nicht wahr? Außerdem hat mich deine Performance vorher neugierig gemacht. Ich kann dich auch nicht einfach davonlaufen lassen. Jetzt... Komm endlich zum Punkt. Was willst du überhaupt? Bist du interessiert? Gut. Wir müssen... Aber sollen wir nicht woanders hingehen, wo es privater ist? Das hier wird... Das hier wird passen. Und? Was willst du jetzt? Direkt zum Punkt. Genauso wie es mir gefällt. Da werde ich nicht mit einem heißen Brei reden. Ich will dich bekämpfen. Du... Was? Du hast... Du hast nicht alles gegeben bei den Typen vorher im Club. Weil... Du weißt, dass ich recht habe. Und du musst irgendwie deine Aggressionen rauslassen. Also gibt es keinen besseren Weg als einen guten alten Faustkampf. Du liest es ja zwischen den Zeilen. Außerdem habe ich keinen Grund gegen mich zu kämpfen. Du brauchst einen Grund? Verdammt. Du hast ja mal ein ziemlicher Way-of-the-Warrior-Scheiß. Den du da hast. Das war ja zu erklären, aber... Wir haben... Wir haben viel mehr Gründe, dich zu bekämpfen. Als überhaupt. Wir haben viel mehr Gründe, zu kämpfen, als du dich überhaupt realisierst. Vage. Ich weiß. Aber vertrau mir. Wenn das nicht genug ist... Dann stopp mich nicht. Jetzt. Einfach jetzt auf dich zu zu kommen. Daraus sind noch einen besseren Grund. Ha. War mir schon gedacht. Und los geht's alter Mann. Fang mich doch wenn... Weil hier komm ich. So ist es gekomaten! Das ist gar nicht... Ja. 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 Ja, das ist ein Rödel. Ah, jetzt. okay das war so eine art limit break also kannst du doch noch kämpfen ist jetzt zufrieden ich habe besseres gerade zu tun ach komm schon nach dem allen kann ich noch nicht einfach zufrieden sein ich habe kaum versucht ja das sagen sie alle ach komm schon alter mann du musst doch gefühlt haben wir haben beide nicht unser unser bestes gegeben ganz schön nervig du bist schon lange aus dem spiel ich könnte den ich konnte den rost mit einem messer von dir entfernen wenn du das nicht änderst wird das ziemlich schwer für dich also warum helfe ich dir nicht alles was ich möchte ist dass du zurück in alles was ich im gegen gegen was ich zur gegenleistung will ist ist der beste kampf den ich jemals gesehen habe sobald du wieder da prime zurück bist weißt du denkst du ich würde das einfach von jemanden akzeptieren der gerade einfach nicht ohne grund angegriffen hat es gab einen grund wenn du mir wenn du bald gegen mich kämpfst werde ich dir sagen ich habe nichts zu verstecken du musst es dennoch verdienen du bist ziemlich nervig weißt du das das nehme ich als kompliment nein du weißt ja wo du mich finden kannst kommst zurück wenn du gegen mich kämpfen möchtest wenn ich da wenn ich wenn ich lust drauf habe aber jetzt hänge ich immer hier ab also komm einfach vorbei wenn du die zeit hast nämlich nicht sie ist bin ich wahrscheinlich irgendwo und es was gut aber jetzt gehe ich nach hause ich kämpfe irgendwann anders gegen dich ich warte auf dich ich bin nicht froh dass ich so spät noch draußen bin ich sollte wirklich nach hause gehen alles tut alles klar ich gehe dann mal okay wir haben zugang zu einem versteck hier kannst du entspricht nein mein neuer leben werden sich nicht regenerieren ein weiterer langer tag ich sollte wahrscheinlich schlafen muss frisch für morgen sein das spiel fängt auf jeden fall wieder ein bisschen langsamer an sehe ich gerade aber ja ich glaube das solle erst mal sowas zeigen von wegen dass jetzt akiri oder neues leben und sowas führt aber anscheinend kein wirklich gutes weil er sieht dass seine adoptieren seine kinder nicht also hoher kann ich Wer war das? Also das war die aus dem Club? Aus der Bar? Aber warum ist die hier? Un...uneingeladener Gast. Oder ein unwillkommener Gast. Ja gut, ich meine, wenn die Kapitel ungefähr immer so lange sind, dann ist es ja eigentlich okay. Weil es war ja auch ein Kritikpunkt von mir, dass die Kapiteln in Yakuza 4 ja ziemlich kurz teilweise auch manchmal waren. Ich erinnere euch nur mal an Kapitel 3 von Tanimura. Was? Was? Ich habe mir das Kuliert und ich habe das Kuliert. Ich habe heute einen neuen Kuliert. Ich habe das nicht gesagt, dass ich das nicht so machen kann. Ich habe es, dass ich das nicht so machen kann. Ich habe das nicht so machen können. Ich mache mir das nicht so. Ich mache das nicht so. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Wie viele Tage lang sind? Wenn man sich zu Hause zurückkommt. Das ist gut. Ich glaube, dass ich heute Abend hatte, dass ich mich sehr viel verletzt habe. Ich weiß nicht. 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 Warum? Warum? Es gibt einen Schuss mit einem Schuss. Schuss? Ja. Das Schuss ist nach 10 Jahren, 20 Jahren. Das ist so. Es ist ein Schuss. Das war's für heute. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Was hast du denn? Nein. Dann gehen wir. Los geht's. Das war's wieder. Oh. 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 Komm schon mal. ja am arsch der welt ja 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 das ist wieder ein Kampf Untertitelung. BR 2018 wenn ich habe gar nicht so viel platz im inventar gibt es die sache da war es nur das kumpel nachher Und den Autos weg. Wir haben einfach dafür gesorgt, dass ein Auto verschwindet. Äh, wohin läuft die denn? Sie müssen zacken, wie man sie sich in den Starr. Sie müssen zacken. Sie müssen zacken. Sie können zacken. Sie müssen zacken. Sie müssen zacken. Oh, ich hab's da was, ich hab's da was. Ich hab im Holzenheil so ne Katana bekommen, das ist sehr schön Boah, was? Wieso hat das so viel geupgradet, hä? Ja, okay, gut, man muss auch dazu sagen, man hat ja natürlich wieder vier Charaktere Wir zählen mal Harka nicht, weil sie kämpft ja nicht Und die müssen wir halt auch wieder alles separat aufleveln, aber damn Okay, ab Level 5 kostet das, äh, 2 Okay Na gut, wir sagen, wir machen ja nächstes Mal weiter bei Yakuza 5 und ciao